Sie sind von klein auf mit dieser Lebensweise aufgewachsen? Richtig. Für mich war es immer normal. Meine Eltern kannten es ja selbst nicht anders. Wussten Sie damals schon, was dahinter steckt? Nein. Man nennt ja nicht, entsprechende Verbindungen herzustellen. Wer hinterfragt schon aktiv etwas, was er von allen Seiten als normal beigebracht bekommt. Meine Eltern haben es einfach vorgelebt. Glauben Sie, dass Ihre Eltern es in Wahrheit besser wussten? Nicht wirklich. Sie wurden ja selbst erzogen. Ich mache Ihnen da auch keine Vorwürfe. Man meint es ja eigentlich gar nicht böse und Sie wollten auch nur das Beste für mich. Wann und wieso kam es dann zum ersten Zweifeln? Kurz nach meinem 19. Geburtstag traf ich zum ersten Mal jemanden, der den Ausstieg bereits geschafft hatte. Natürlich war er mir anfangs sehr suspekt. Wir kamen dennoch ins Gespräch und seine Aussagen wirkten auf mich teilweise sehr weltfremd. Allerdings blieben einige seiner Bemerkungen und Fragen hängen, wodurch ich ins Grübeln kam. Ich fing an, mich zu informieren und realisierte mit der Zeit, dass nicht alles Gold ist, was glänzt. Und dann haben Sie den Schritt gewagt? Genau. Nach ausgiebiger Recherche und viel im Kopf zerbrechen war klar, dass ich dem Ganzen den Rücken zukehren musste, weil ich es nicht mehr unterstützen wollte und konnte. Und wie hat sich Ihr Leben dann verändert? Anfangs wurde mir der Boden unter den Füßen weggerissen und ich musste erst einmal lernen, mit dem neuen Leben klar zu kommen. Es fühlte sich so an, als ob etwas fehlen würde, aber das legte sich recht schnell. Es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung und ich bin sehr glücklich mit meinem jetzigen freien Leben, dass ich versuche, möglichst verantwortungsvoll zu genießen. Ich würde mir wünschen, dass sich mehr Menschen informieren und es vielleicht sogar schaffen, dem Ganzen ebenfalls den Rücken zuzukehren. Was würden Sie diesen potenziellen Aussteigern mit auf den Weg geben? Oft scheitert man aus verschiedensten Gründen in der ersten Zeit. Sei es die Gewohnheit oder der soziale Druck. Wichtig ist, dass man am Ball bleibt und weiß, warum man sich so entschieden hat. Wichtig ist, dass man am Ball bleibt und weiß, warum man sich so entschieden hat.